So, also heute gibt's oder jetzt gibt's die Roomtour zu unserem Wohnwagen. Also hier kommt man rein, hier ist die Tür, hier so ist jetzt abgeschlossen, dann rot, hier ist normal, dann drückt man runter, dann geht man raus und wenn, ja, so ist in der Mitte wie eigentlich eine ganz normale Tür und so was sitzt halt ein. Dann ist hier unser Schlüssel, dann sind hier zwei Haken und hier, darauf bin ich irgendwie voll stolz, ist ein Schuhlöffel, irgendwie so eingebaut, Schuhlöffelhalterung, aber ich muss gestehen, der haben wir noch nie benutzt. So, dann haben wir hier eine Reihe von Regalen und ich kann mal eine aufmachen, also so ist die Unterteilung. Ja, auf der anderen Seite sind jetzt meine Kleidungssachen drin, dann sind hier, haben wir jetzt, okay, normalerweise sind ja Gewürze drin, sind hier unsere Gesellschaftsspiele und hier unsere Draußenspiele, da kommt noch Gottscha und so rein. Dann ist hier mein Bett, ja, also, ich habe hier nochmal einen Chopper drauf, normalerweise ist es so, das kann man auch umbauen zu einer Tischecke und ja, hier sind halt drei große Fenster und hier kann man auch einmal so hinbekommen halten und dann so in Sicht und halt auch, dass es nicht so hell ist. Hier sind dann auch nochmal so Gardinen, da kann man auch echt nicht durchgucken. Dann haben wir hier unsere Küche, klein aber fein, hier ist unser süßes Fenster, ich sage immer Kioskfenster, ich weiß nicht, und hier, das habe ich für die Hunde gemacht, das ist einmal, da steht mein Haus, meine Familie und mein Garten. Und normalerweise ist es halt so, wenn die Scheibe zu ist, aber das ist halt so, dann machen wir die Lücken jetzt runter. Dann haben wir hier, so, Regale sind sehr unordentlich und übrigens, das sieht nicht immer so ordentlich aus, aber dann haben wir hier einmal, ja, unser Besteck und so, unser Teller. Dann haben wir hier unsere Herdplatte, aber da haben wir ehrlich gesagt nie drauf gekocht, die haben wir einmal sauber gemacht und das war's. Ja, Messer, Löffel und Gabel, hier sind sowas, was ich, einfach alles drin, Salat, Besteck und da unten kann man auch Schuhe reinmachen. Dann hier, übrigens ist hier unser Spülbecken, ja. Dann hier oben sind so Regale, da haben wir einmal so ein Thermometer stehen und auch so ein Tablet, das dann halt so alles anzeigt. Dann hier haben wir so ein Aufkleppregal, hier ist unsere Waschschüssel, Abtropfbecken, das ist für die Töpfe, dass sie nicht aneinander kratzen. Dann hier so ein Brot, so ein Brotkörbchen, das ist hier so ein Anti-Rutscher. Dann haben wir hier unten zum Beispiel unseren Wasserkocher, unsere Töpfe, unsere Salatschüsseln, unsere Woppfanne für unseren Grill und unser Heizlüfter. Und unsere Kaffeemaschine ist auch hier oben drin, aber die ist jetzt gerade in Gebrauch. Weiter. Dann haben wir einmal hier so ein Haken, dann haben wir hier unsere Toilette und unser Bad. Man könnte sich theoretisch auch hier duschen, aber das hat mein Papa abgebaut, weil wir das einfach nicht machen. Das macht man hier drin nicht, dann ist alles nass. Und hier ist unser Waschbecken, wie man sieht. Ja, dann haben wir hier so Regale, die finde ich richtig schön. Dann haben wir einmal hier den Föhn also drin. Dann haben wir Klopapier drin. Einmal hier in dem Frank, endliche Sachen. Sonnencreme für die Toilette, so ein Chlorartiges. Desmixionsmittel, Autan oder sowas. Ja, verschiedenes Zeug. Hier ist unsere Chlorolle, das ist unsere Toilette, sehr spannend. Dann haben wir hier so ein Melder für Feuer und Gas, weil man heißt ja mit Gas Gas. Und es gibt ja auch oft so Gastötungen, sage ich mal. Dann ist hier hinten meine Eltern ihr Schlafbereich, aber den möchte ich jetzt nicht zeigen. Dann ist hier unsere Heizung und Klimaanlage. Dann ist hier unser Kleiderschrank mit so Fächern auch. Hier haben wir, wollen wir noch eine Mikrowelle reinmachen, aber jetzt sind erstmal so Handtücher und so drin. Dann ist hier unser Kühlschrank und hier unten. Also hier ist übrigens unser Fernseher, den haben wir jetzt festgestellt bei der Fahrt, dass der nicht hin und her geflackert, weil hier ist so ein Gestell, das kann man halt auch einmal hier rummachen, drehen, diesen Pfosten, dass wir auch mal in den Eltern gucken können. Dann haben wir hier einmal so ein kleines Putzregal mit etlichen Putzmitteln, Besen. Wir haben auch in dem Schrank auch noch ein Besen und einen Staubsauger. Und hier oben ein richtig schönes Dachfenster und ja, mit auch wieder Rohrleben. Und das haben wir im Sommer immer offen, aber jetzt im Moment ist es noch ein bisschen zu kalt. Und ja, das war es eigentlich schon. Und das hat Luna und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.